Oje, 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 das schaut nicht gut aus, halt nicht. Gökhan ist ein Ausnahmespieler, man zieht ihn auf den Platz und denkt sich, wie kann er das nur? Eine Schwalbe bringt noch keinen Sommer, denkt sich auch der Tukul und deswegen macht er gleich mehrere. Oder nicht. Allerdings zählt dies nicht zu den Spezialitäten und erklärt schon oft als Torvorbereiter und auch als Torschütze. Applaus mal für ihn.